Hallo, hier bin ich, der Konki. Mau schaun, wie schaun, mao schaun, hier mein schaun, mao, mao, mao. Egal, ich guck mal, mein nächstes Auftrag, was ich abgeht, ob ich jetzt auch mal Eggerwender, äh, Eggerwender, Eggerwender. Ich hab's heute. Bei wen, schaun, egal. Euer Konki. Also, da soll ich jetzt hingehen. Den gehen wir da mal hin, ne? Ohne Hütte. Ich muss alles wissen, alles sehen. Einfach alles. Großvaters Haus. Ja, komm, Genehmigungsanzeitsschwung. Zwei. Okay. Machen wir. Sprengen wir das Opa's Haus in der Luft. Nimm, machen wir. Ping. Äh. Bauen in Wende abreißen Müll in der Luft. Und dann wird das Müll wieder. Also. Das Loch. Ich hab'n dickes Loch gefunden. Sind die verrückt? Was lassen die für Müll hier rumliegen? Sind ganz gefährlichen Sachen. Oh, Mann. Das. Oh, Fahrplatz. Das alles. Und viel, viel mehr. Mann. So. Dann roll mal hier mal auf. Boah, ich kann hier so rollerspringen. Yeah. Bumm. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Ich darf das. Ich tu das. Einfach da ruder springen. Hallo. 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 Ich kann das jetzt nicht. Ich kann das jetzt nicht. Arbeitsmaterial mitten im Weg rumliegen. Könnte echt. Was solls dazu sagen? Der Typ im Gestein. Nein. Ich darf. Sprengen. Sätze benutzen. Habe ich aber noch Sprengensätze? sieben hab ich nicht inwände 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 abreißen den stehe ich mal auf ich habe einen dicken hammer oder nicht aus machen wir mal kaputt Opa du musst ausziehen ja musst du die Wände sind kaputt die Wände ist weg das muss weg hier kommt ein dickes einkaufszentrum hin dickes oder so da heute bauern bauern Komisch. Ah, guck mal an, klar, vergessen, Betonboden abreißen, Verlassenshaus abreißen. Ah, guck mal was, äh, äh, da, ich darf ja bestellen hier meine Autos, ja, ganz korrekt hier, äh, und Baka-Fan, Baka, muss immer gucken, was ich brauche, den brauche ich, Baka-Fan, 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 Opa, dein Haus, okay, hm, lass, gleich kaputt gemacht. Dann fahren wir hier längs, allein die ganzen Sachen hier. Ich bin zu, was neu, die Kacke. Aber kann man das nicht kaputt machen? Weißt du was? Das, das lösen wir anders. Nein, dann. Oh, Entschuldigung. 2 darf ich benutzen, also nämlich 2. 3. Ey, wo bin ich jetzt schon wieder da? Da. Da. Da hängt der bisschen doof. Wäre ja auch so sinn ergeben. 2 darf ich benutzen? Staub. Toll. Ich hab keinen Gartenschlauch. Da. Da. Mach der noch so sinnvoll. Was soll denn die Störungsreiche für Kinder? Was soll denn da rankommen? Äh. Oh. Er hat vorne zerstört. Tolle Wurst. Das wird ein teurer Einsatz. Ja, Staub. Ja. 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 Genau. Darum machen wir später Gedanken. Das blöde Ding. Zwei Sprengungen erlaubt. Ja. Das muss ich machen. Abbochen. Probate. Ja, ja. Ja. Das Haus ist echt schwierig. Das kostet mir viel Geld. Oh. Viel Geld. Ja. 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 Aus. Ja. 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 Kette. Das ist genau ein Stalkenbüchen. Was hältst du zu sagen? Wie geht es dir gar nicht? 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 Ist das anstrengend? Wie geht es dir gar nicht? Geld, ganz viel Geld, super viel Geld. Wie geht es dir gar nicht? Wie geht es dir gar nicht? Wie geht es dir gar nicht? Ja gut, damit lasse ich leben. Ich habe mir ausgegeben, was ich eingenommen habe, glaube ich. So, Opa, dein Haus ist weg. Jetzt gehen wir da rüber. So nennt ein Damen hier. Hallo, ich bin Konki, ich zerreiß alles. Unsere Fahnen braucht keine Stelle mehr. Wir müssen jetzt hier so schnell wie möglich loswerden. Ja, ist doch kein Problem. Das mache ich. Aber beim nächsten Mal. Das reise ich beim nächsten Mal ab. Hm Moment, bis dann. Euer Konki. Tschüss. Bauernhof, Stadlerpreise, abfackeln. 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 Abfackeln.